Also du wärst stossen Du wärst auch den 5. und 6. Pass Zuerst stossen Herzlich Willkommen, liebe Website-Besucher, liebe Website-Besuchere beim ersten Schweizer Örgali Online-Kurs Ich habe einen Schweizer Örgali Online-Kurs ins Leben gerufen und meine Idee war, dass jeder und jede die Schweizer Örgali ganz bequem von Zuhause aus lernen kann ohne Asyriere muss man zum Haus aus und das von Kornabäu aus machen kann Der Online-Schweizer Örgali Kurs besteht insgesamt aus 3 verschiedenen Teilen Beim ersten Teil zeige ich euch die Grundkenntnisse wenn man die Schweizer Örgali wiederhebt und die Handhaben und alle technischen Informationen und im zweiten und dritten Teil zeige ich euch zwei verschiedene Titeln die extra für Anfänger zugeschnitten sind und ich nehme dich an die Hand und zeige dir Schritt für Schritt was du als nächstes drücken musst und wenn ich jetzt dein Interesse zu diesem ersten Schweizer Örgali Online-Kurs dann klick bitte unterhalb dieses Video auf den Button und alle weiteren Informationen findest du auf dieser Website und ich hoffe wir sehen uns bald Danke, einen schönen Tag, Tschüss! und ich hoffe wir sehen uns bald bis zum nächsten Mal bis zum nächsten Mal